Hantai wie und herzlich willkommen zurück zu Sims 2 in Merkwürdighausen und hier mit Familie Kurios und den Ahnen von Bella Grusel, nämlich der Belinda, die ja auch immer noch ein Grusel ist. Und das hier ist aber Kati Kurios und eine unserer Außerirdischen. Es ist Sonntagfrühmorgens und Mama möchte dir gerne was vorlesen. Ich glaube, Tamara, das kommt nicht so gut gerade. Genau, geh nochmal, geh wieder rein. Oder was machst du jetzt? Räumst du es weg oder gehst du jetzt außen rum oder was machst du jetzt? So, wir gehen mal zu Belinda. Hey, Kurt, kann ich Belinda sprechen? Ja, na gut. Ich gucke auch nochmal weiter. Nervus lernt gerade noch. Er ist hier gerade noch. Charisma lernen. Egon, wo bist du? Du bist am Computer und versuchst nochmal in die Zone zu kommen. Kurt ist oben. Nee, der ist im Belindas Zimmer. Du gehst mal auf die Toilette und säubern und dann kannst du mal runterkommen und guck mal, was du noch im Kühlschrank findest. So, Belinda ist am Telefon. Und ich warte ja eigentlich auf das Baby, ja. Oh, wir haben uns gerade wieder befreundet mit Rolfi Ruf. Ich wollte mal gerade was gucken. Nee, ich möchte gerne hierbleiben. Es ist echt super lieb von dir. Aber nee. So, ich ruf mal hier die Beate Meier an, weil da können wir doch auch mal ein bisschen mit ihr uns befreunden. Das ist, glaube ich, eine Arbeitskollegin. Sieht nichts von Hause, na toll. Dann versuchen wir mal den Egon noch anzurufen. Ähm, ja, wenn ich finden könnte da Egon Clark plaudern. So, dann zumindest den Egon. So, Tamara. Kathi ist echt fleißig draußen. Tamara, mach doch mal was anderes. Hier, guck mal. Mach mal Paarberatung. Oh, oder Erziehung haben wir schon mit dir, ja. Er macht's erst mal. Tagebuch, okay. Mann, ich warte wirklich auf das Baby. Ja, sie erzählt hier gerade auch viel von dem Baby. Kathi, wie schaut's aus? Ähm, ja, okay. Dann komm doch mal bitte rein. Wenn du reinkommst, geh mal auf die Toilette. Und dann wirst du auch erst mal ein bisschen was lernen. Und zwar... Keine Ahnung. Wir machen mal bei dir mit Kochen. Fangen wir nochmal an. So, Bella. Belinda meine ich natürlich. Ja, sie hat Kreuzschmerzen. Ähm, was soll man bei dir als Hobby basteln? Ja, okay. Dann geh doch mal ein bisschen steuern hier hinten. Komm. Geh. Mit diesem Watschelgang. Maltei, das war wieder irgendeiner. Das warst du, Kurt, oder? Hier, das bringen wir weg. Und ja, bringt's erst mal weg. Musst du heute arbeiten gehen? Du warst heute auch frei. Oh, Logik müssen wir mit dir. Und wir brauchen dringend zwei neue Freunde irgendwie. So, das Neubepflanzen, ist das Logik oder ist das Kreativität? Ich weiß es wieder nicht. Wann musst du arbeiten? Ach nee, du bist frei. Und du brauchst zwei Freunde. Zwei Familienfreunde. Dann gucke ich doch mal gerade bei Nervus. Nervus, wie schaut's denn bei dir aus? Guck mal, die Beate Rössler, die könntest du vielleicht noch zum Familienfreund machen. Und die Lydiakonen wäre ganz cool, wenn du da auch mal ein bisschen was machst. Außerdem wollte ich ja, dass ihr euch mal gegenseitig oder miteinander mal irgendwie besser versteht. Was ist los mit dir? Geh du mal duschen oder baden? Ach so, du würdest gerne mit den, diesen, diesen Dings hier nehmen. Warte mal, dann stell dich mal weg. Muss nicht sein. Kurt, mit wem verstehst du dich noch nicht so gut? Mit den beiden auch wieder. Mhm. Das machen wir gleich. Sie lernt wieder als Zuhörer. Das ist ja Wahnsinn. So Kurt, wenn du fertig bist, dann würde ich sagen, dass du mal hier mit der Tamara erst mal ein bisschen abhängst. Und, ähm, genau. Tamara, du gehst einfach erst mal gerade auf Toilette. Und unser Egon ist wieder in der Zone. Kannst du doch mal was rausholen, Reste nehmen? Ich warte ganz ehrlich, ich warte einfach nur, dass sie hier endlich das Kind bekommt. Und, äh, das war jetzt aber schnell gelernt, Kati. Und das ist das, was ich sage, wenn man, wenn man lebenslange Zufriedenheit und Physiologie lernt, dann ist das sowas von wahnsinnig schnell, dass man dann lernt. Also das kann ich jetzt so eins nach dem anderen hier machen bei ihr. So, dann lernen wir das, äh, nehmen wir das. Tamara und... Nee, du solltest jetzt mit dem hier von Reisenden zählen, die abhängen. Wir hatten eigentlich gar keine Souvenirs mitgebracht von unserem Urlaub, ne? Oh, guck mal, nervös, du kannst... Äh, na gut, du kannst nochmal kurz pflegen gehen. Und dann würde ich sagen, dann... kochst du uns mal einen Haartoast. Aha. Was macht der denn? Geht voll aus und rum irgendwie. Okay. Kati und Egon essen am Essens-Tisch. Es ist schon Wahnsinn. Ich habe jetzt wirklich gar nicht mehr so viel zu tun. Oh. Ähm, so an und für sich, ne? Habe ich gar nicht mehr so viel zu tun. Die haben gut gelernt und, ja, das Einzige ist wirklich, dass sie sich momentan nicht ganz so gut miteinander vertragen. Also noch nicht alle untereinander. So, du nimmst dann mal direkt ein Sprudelbad und gehst dann ins Bett. Upsa. So, nervös, dann hör mal auf zu pflegen und mach uns noch mal was zu essen. Und ich gucke, mach ich mich mal bei euch beiden um. Äh, gut. Oben ist 100. Und, dann würde ich mal fast sagen, da lassen wir es erstmal gut sein. Ja, mit Belinda. Tamara, du gehst auch mal anrufen. Guck mal, die Britta Rademann, oder wie sie heißt. Und Kati, du gehst mal zum Kurt und von Reisen. Jetzt bin ich gerade erschrocken. Äh, so. Moment, nein, nein. Reden von Reisen erzählen und dann können wir noch ein bisschen abhängen. So, du bist nämlich fertig mit Essen. Quatschst du dir die ganze Zeit mit deinem Papa? So, und der kann mal auf die Toilette gehen. Und Belinda geht dir einfach ins Bett. Also, das ist halt echt notwendig. So, warte. So, du nimmst nochmal einen Teller. Und dann, wenn du damit fertig bist, weglegen. Tamara, hast du auch Hunger? Ja, dann isst mal den Rest hier auch. Ja. Das ist Egon gewesen. Kannst du direkt mal reinigen, da hinten. So. Tamara, wie schaut's aus mit... Ja. So, jetzt guck ich bei ihm nochmal. Iiii. Ah, du musst aber nochmal Logik lernen. So, aber hier, das will ich dann auch nochmal aufbauen. Das klappt aber schon ganz gut, finde ich. Das ist doch super. Und ihr zwei? Ja, das ist auch gut, dass ihr euch jetzt hier mal noch ein bisschen unterhaltet. Das ist auch toll. Ernervus darfst du sich nochmal ein bisschen mit Kati da noch beschäftigen. Und Egon. Egon mag sie alle fünfe, ne? Da, gut. Und 99. Ja, okay. Dann ruf du auch nochmal. Guck mal, ruf mal die Uschi Kirschfink an. Warte. So, die hier. Uschi Kirschfink. Die haben wir, glaube ich, auch im Urlaub kennengelernt. Ja, so wie die hier, ne, auch. Kann er mal ein bisschen quatschen. So, ich glaube, ich spule auch mal ein bisschen vor, weil alle jetzt gerade was zu tun haben. Äh, Moment. Äh, ganz viele Leute wollen wieder was von uns. Okay. So. Du legst das noch weg und die können Was machst du? Bett machen. Okay. Du machst dann nochmal das weg und dann gehst du nochmal auf die Toilette und baden und dann legst du dich hin. Sonntagmittag. Oh. Warte mal. Moment. Tamara hat warum auch immer immer noch Hunger. Und dann gucke ich mal auf Kati und guckt. Ja, wundert. Dann würde ich nämlich jetzt mal sagen, Kati, Schatz, dann gehst du mal ganz nach oben. Gehst auch nochmal kurz duschen und säubern. Ach, guck mal. Er guckt, er putzt gerade Fenster. Na toll. Und, ähm, ja, Egon hat einfach nichts anderes zu tun. Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht mehr, was ich mit ihm machen soll. Ach so, den Kochenpunkt braucht er doch noch. Warte mal. Wenn er halt hier oben ist, dann machst du das mal hier drin. Putzfenster. So, nervös. Du bist noch unten. Ich gucke nochmal nach Belinda. Wie geht's ihr mittlerweile? Die wird gleich wach sein. Kati wird ins Bett gehen. Tamara wird aber wach sein. Da würde ich doch eigentlich dann sagen, dass ihr... Äh, komm, komm, du mach hier runter. Und dass die zwei sich doch jetzt mal noch ein bisschen miteinander vertragen. Ach, es ist aber auch ein schöner, entspannter Sonntag. Alle sind sie da. Ja, keiner muss irgendwie groß arbeiten gehen. Ich glaube auch Tamara nicht, oder doch? Nee. Oh, Egon hat morgen Geburtstag. Das darf ich ja gar nicht vergessen. So, ihr zwei hängt nochmal ein bisschen miteinander ab. Mö, mö, mö. Okay, Mama kommt hier bei mir. Kurt, du sitzt da hinten. Guck mal, da hinten ist irgendwas kaputt gegangen, glaube ich. Ja, reparieren. Und danach kannst du aufwischen. Okay, Mama, nicht... Nicht auf meine Maussicht, wie ich wieder draufsetzen. Hm, Schatz hier. Ach, Gott, wie süß, ihr seid ins Büro gegangen dazu. Das ist ja auch goldig. Ja, die zwei dürfen jetzt mal ein bisschen her. Die anderen sind ja alle beschäftigt, deswegen spule ich jetzt wirklich mal auch ein bisschen vor. Die Mama. Oh nein, 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 nein. Oh, Mö, Star. Oh, Mö, Mö, Mö. Oh, Mö, Mö. Oh, Mö. Oh mein Gott, es ist ein Bengelchen und es ist doch tatsächlich, er sieht dem Papa unheimlich ähnlich und ihr habt mir einen Namen genannt, nämlich Benjamin. Okay, dann wird es ein Benjamin Kruse. Es ist ein Junge. Es ist ein Junge, meine Güte. Und er sieht wirklich dem Papa unheimlich ähnlich. Er hat auch grüne Augen und sehr helle Haut. Wobei, er wird dunkle Haare bekommen nach den Augenbrauen. Also die Haare wird er von der Mama bekommen, nicht diese blonden Haare. So, was es aber auch bedeutet, ist ja eigentlich, dass wir das Zimmer umbauen werden. Ähm, ähm, und auch wenn jetzt hier meine liebe, äh, Bella steht, werde ich ihr das gerade mal wegnehmen. So, das nehme ich auch weg. Äh, die Kommode weiß ich noch gar nicht. Können wir erst mal stehen lassen. Wir brauchen, auch wenn es ein Junge ist, kriegt er ein schönes Himmelbettchen. Aber eines mit Blau. Das kriegt er da hingestellt. Dann brauchen wir natürlich auch noch einen Wickeltisch. Das stellen wir, wo stellen wir denn das hin? Auf die andere Seite. So. Dann brauchen wir, ähm, wir brauchen ja auch mal das. Das können wir da nach drüben in das Würrenzimmerchen hier stellen. Dann brauche ich ein Töpfchen. Und diese drei mache ich hier auch schon mal direkt rein. Eins, zwei und dahin. Drei. Und was ich noch hinstelle, ist ein schönes, ein schöner Hochsitz, äh, also Sitz halt. So. Ach so. Und Jetzt muss ich mal gucken. Ich weiß gerade, ich habe gerade gar kein, äh, Dings im Kopf. Ich weiß gerade gar nicht, was ich eben für eine Farbe machen könnte. Oder können wir das vielleicht schon machen, obwohl es noch ein Baby ist? Warum eigentlich nicht, oder? Ich meine, Babys kriegen immer noch generell was anderes eigentlich bei mir. Aber warum nicht? Das hier wäre natürlich auch theoretisch möglich oder solche Sachen. Oder halt, ja, guckt mal, warte mal. Äh, so, nee, andersrum. So, nee, der ist hier. Bärchen. Aber ich würde ihm gerne blau geben wollen. Und deswegen lasse ich das jetzt auch so. Und Guck ich noch mal. Nein. Ich glaube, dazu gehört doch auch, das muss doch, äh, äh, gab es das nicht in blau? Das ist Babyblau. Nein, das nehme ich nicht. So, wartet. Das hier wäre halt mit einer Königskrone drauf. Das Blau hätte jetzt eigentlich gepasst zu der Wand. Das hier ist die Sternen. Der finde ich immer wieder schön. Immer wieder. Ich dachte, das so etwas wäre, aber das ist nicht in blau hier da. Das ist gar nicht in blau vorhanden. Seltsam. Na ja, gut, okay. Dann nehme ich doch die Sternchen-Tapete. Das passt schon. Und bei der gucke ich mal ganz kurz, habe ich eine Möglichkeit, irgendeine andere Farbe? Äh, ja, dann würde ich nämlich das auch nehmen und würde das noch ein bisschen weiter vormachen. So, nämlich. Ja, cool. Wir haben einen Jungen. Und das ist jetzt das Zimmerchen von dem Jungen. Und da hat er auch total auch direkt schon, ähm, ein Bücherregal natürlich auch drin. Und das lasse ich jetzt gerade auch erstmal hängen. Ich freue mich. Wir haben einen Jungen. Ich hätte zwar eigentlich gerne zuerst ein Mädchen gehabt, aber egal. Ja, ich sage jetzt erstmal ein Tschüss und Goodbye. Ich freue mich, dass wir einen Jungen haben. Und, ähm, ja, wenn es dir gefallen hat, dann gib mir gerne einen Kommentar. Oder lass mir einen Kommentar hier und oder einen Daumen nach oben. Ich bin ganz aufgeregt. Und, ja, lass es dir gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Eure Saki Naidau. Ciao, ciao.